so und damit einen wunderschönen guten tag mein name ist beam und ich heiße euch herzlich willkommen bei einer neuen runde arc ultra arena wingman zusammen mit dem sedir hallo so das wird wahrscheinlich jetzt eine der letzten runden es kann sein dass noch eine kommt aber an sich heute zumindest wenn wir heute aufnehmen die letzte runde wo wir auf center spielen das müssen wir noch mal genießen leute und auch erstmal die letzte runde zusammen mit dem guten herrn sedir jawohl der ist nämlich dann erst mal im urlaub und so das heißt ihr müsst dann mit mir alleine vorlieb nehmen oder mit jemand anders muss man gucken so konzentrieren ich habe jetzt es war jetzt oder bin gerade aus dem urlaub zurück das heißt ich bin eine super kacke noch mal kacke als sonst kacke aber ich gebe mir mühe also gewinnen wir das trotzdem die sedir wir verteidigen den titel unbedingt unbedingt gucken wir würden sich wundern dass sie dir heute anders klingt dadurch dass der mikro manchmal rumgespackt hat hat er jetzt erst mal sein altes genommen das heißt wir müssen heute auf sedir mit tiefer stimme verzichten die stimme musste leider reichen für funktionalität werden also ich werde jetzt nicht wahrscheinlich erst mal ein bisschen anstellen ist ja was ganz neu ist ne so vor die in den stein ran ich bin fast tot ich bin ich nicht schnell es geht auf jeden fall besser ich habe blut drüber davon ist nämlich gleich der nächste ich glaube ist er schon unten ja der dürfte unten sein aber okay hin anziehen waffe dazu tech boots und ruhig und jetzt rüsten so und weiter so mehr nachgeladen super 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 gut denn immer noch mit super super gut ja super super gut super super gut element ich habe element sie dir lucky das geht schon gern eigentlich ich könnte jetzt regnen die höhle machen würde voll sinn machen eigentlich okay moment noch das ist auch 46 prozent was geht ab man so ja was machst du jetzt ich meine die höhle komme ich ja direkt go go ja hast du genug level ach so ich könnte ein paar blogs bei box können unbedingt ganz schnell aber ich kann jetzt schnell landen okay 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 das glaube ich eine das ist aber auch ein raptor ich verpiss mich da sind bald doch so gesehen wie ich den getroffen habe so sofort reinziehen moment ich hätte losliegen sollen davor schnell bevor einer kommt so so schnipp okay volles leben level passt auch so leute okay wir machen jetzt sofort zur höhle ja moment da vorne der biegen der ist schon unten oder okay den nehme ich noch mit den nehmen wir noch mit schnell davon ist auch noch einer aber wenn dann ja den noch wir kommen den nehmen wir noch den nehmen wir noch das auch ein bald doch zwei sogar so den looted jetzt hier keiner leute so okay river queen da verpisse ich mich die kann mich nämlich aktuell noch one hitten okay ich habe schon im firmen portion sie dir da hat sich kann auch schon team ich sollte mal meine sattel durch checken eigentlich würde sinn machen okay wir machen jetzt erstmal wir machen jetzt höhle das nicht funktioniert auch nicht aber man ist alles von mir bei block sie muss ich köln brauchen rekt portion so jetzt bei dir seht ihr gut habe jetzt element guck mal einmal um wegen seiten was ich gucke mich um wegen seiten alles klar mach das ich gehe höhle das haben wir währenddessen aber noch alle bei box und so auf das dass sie dann mal so weg springen sollte ich vielleicht doch die pistole nehmen das ist eigentlich besser drei stück techrex sattel 170 naja das ist schrott so und jetzt kann ich das auch noch mal an die zuschauer weiterleiten die idee hatte ich glaube fledermaus irgendwas hieße hat das in einer der letzten videos vorgeschlagen und zwar wäre die idee dass wir das werden wir dann bald wahrscheinlich so umsetzen dass die dinos die einen durchgang gewinnen werden für die nächsten drei oder vier oder fünf muss man sich überlegen durchgänge deaktiviert was dafür sorgen würde dass irgendwann man definitiv gezwungen ist auch mal dinos zu nehmen die sonst nicht so stark sind wirst du also dass wir immer mit jeder runde sagen wir mal ein dodorex gewinnt oder der spieler hat hier den dodorex benutzt und so und hat mit dem gewonnen einen durchgang dann wird der dodorex für die nächsten fünf aua runden als beispiel deaktiviert so runde vier die nächste runde gewinnt dann irgendwie einer mit einem infernal giga wird er deaktiviert für die nächsten fünf runden so und wenn die fünf runden dann abgelaufen sind und so werden die jeweiligen dinos jeweils wieder reaktiviert ich habe einen t-rex hatte mit 330 rüstung fällt mir ein wir wollten den t-rex eigentlich stärker machen das habe ich jetzt wegen urlaub nicht geschafft egal aber das wollte ich auf jeden fall noch machen könnt ihr mal in die kommentare ausschreiben was ich von der idee halten würde hätte ich aber mega bock drauf twitch chat hat ziemlich einstimmig gemeint coole idee machen wir so und die idee ist auch vom zuschauer ich glaube was mit fledermaus war es gewesen wenn ich mich nicht ganz täusche ich check mal ganz schnell was ich jetzt alles gelootet habe und dann machen wir die hürde rein ich habe richtig guten staff schon da wird sie nicht dumm sterben auf jeden fall anziehen er kann nicht kaputt gehen ich liebe nicht das einzige was mir fehlt ist eine chest was immer sehr sehr schlecht ist aber bei mir auch so ich gucke noch mal sattel schnell durch also das beste ist mein t-rex hatte aktuell so aber vielleicht finden wir hier noch was gutes also ich habe auch alles zum tame und so zeug da mittlerweile also wir machen erstmal hier rüber ich werde auch gleich kristalle mitnehmen aber ich dachte schon da wäre ein loot crate war aber keine also da hinten kann glaube ich immer einer sein vielleicht wollen wir ja wieder auf bosse gehen könnte ja sein leute drum sammle ich das element auf jeden fall jetzt keiner ach ja und was ich auch noch sagen wollte genau das hatte ich auch schon am anfang ein bisschen angeteasert ich werde wahrscheinlich mich jetzt auch wieder hinsetzen und versuchen wahrscheinlich wahrscheinlich die karte um ändern also dass wir nächsten oder übernächsten durchlaufen und gucken dass wir dann nicht mehr auf center spielen weil langsam reicht es mir auch mit center muss ich sagen dass wir dann mal auf crystal ice hätte ich mal wieder bock da muss ich halt nur alles umschreiben und so wie der dino sparen ist etc aber das würde ich gerne mal ausprobieren ach ja und es könnte sein dass dann andres mod fertig ist oder zumindest so dass wir die benutzen können nicht fertig aber so dass wir sie benutzen können da wird sich auch noch mal super viel ändern also da erwarten uns viele coole sachen mal gucken aber das alles dann schon umgesetzt bekommen bis zum nächsten mal aber das werden wir dann sehen so hier kann auch immer einer sein ist keiner da schade gucken wir noch mal hier der wurde geludet das heißt jetzt ein spieler okay wird ein spieler und der ist schon durchgeflogen das heißt hier ist nichts das ist ärgerlich ich habe betäubungszeug jetzt ja gut ich mache wieder raus leute ich halt auch mal verlänglich man die gleiche höhle fliege ich kenne die anderen halt nicht dann gehe ich jetzt auch auf luke und wir gehen uns den sattel sammeln geht nicht anders schade kann sein dass ich jetzt hier wo vorbeigeflogen bin also ich weiß es nicht aber ich kann sich an so gut ich muss dadurch glaube ich da komme ich wieder raus auf jeden fall hätte ich als super bock drauf leute dass gerade die idee dass wir die muss die gewinn deaktivieren für fünf runden das würde automatisch dafür sorgen dass dann deutlich mehr für deutlich mehr abwechslung gesorgt ist das war nicht zurück kommen das immer noch mal ganz schön das element mit dann verpüssen wir uns hier ist ein chaos dodo rex ok kenne ich noch gar nicht ja die kannst du auf jeden fall nicht meines wissens nach die wären zu krass glaube ich also bin ich mir ziemlich sicher dass sie zu krassen weil die sind nicht eingestellt so raus hier leute ab jetzt leider nicht erfolgreich aber so ist das manchmal denn dann 33 minuten noch und da ist der stück weiter nur mit wie gesagt was schüttert ein celestial drache ich muss weg ich konnte gerade mein bus nicht aktivieren das war sehr unangenehm gewesen ja gut den kommen wir vergessen und die lässt die trache wäre auch mal was so die kommen alle erst noch runter das ist scheiße da vorne den können wir auch nicht mitnehmen hier ist ein kass bei kleines mal ausrüsten eben und level checken 41 nur zu laut guck mal oder trache jetzt ist das kann ich jetzt okay seht ihr ich habe jetzt ein tech rack sattel mit 400 rüstung und hier sind wir sind t-rex aber auch im drache ich muss eben den drach loswerden aber ich würde den t-rex jetzt gleich teilen was hast du ein celestial wir waren haben ja können wir 2200 kann halt sein ja wir müssen müssen wir uns müssen einfach ausprobieren muss man verteilen ich stelle mir das team noch super schwer vorher so wahrscheinlich mit diesem einen pfeil da treffen ja und trifft man wie von damit also wissen wenn man einen dino hat damit akkurat sie aber der wird der dreht sich ja die ganze zeit im kreis drüber weißt du das ist eigentlich kacke du hast doch einen tech rack sattel ne ja zwei sogar und gleich auch ein t-rex habe ich zufällig einen guten pfeil das wäre ein traum leider nicht okay dann muss man es so machen das level ist mir jetzt egal leute wir fangen jetzt einfach an hast du einen guten pfeil zufällig ja wie viele rein ich komme ich kann warum ich den eben nicht getroffen habe ich glaube so wird das nichts ich meine jetzt steht da jetzt sollte ich ein treffen theoretisch steht da nicht mehr okay ich mache mal ein bisschen näher ran das ist dumm so ein versuch jetzt habe ich echt getroffen ich glaube es ja nicht okay das kann jetzt ein bisschen dauern davon ist auch ein loot crate was nicht so gut ist okay ich loote mal schnell den loot crate leute bevor hier noch ein spieler kommt und den t-rex die damage zahlen sieht so und zurück hier ist alles voll mit loot crates das gibt es noch nicht so ich meine dass die darts die ticken ja eh an sich kann ich den anschießen und dann erstmal weiter loot crate sammeln wenn hier welche in der ordner plainrate mach mal weiter eigentlich wollte ich einstellen das ist mir gerade eingefallen dass t-rex etwas mehr aushalten ich glaube, wenn ich jetzt treffe ich die wand wurde So, vielleicht geht es um hier, mal gucken. Wann der jetzt schon weg oder was? Nee, noch nicht, ja. Die ticken ja sowieso mal ein bisschen und so. Bist du im Dinggebiet? Im Lava-Gebiet? Ja, genau. Ich sehe da einen, der ein bisschen... 22.099 Schaden hast du gemacht? Ja, das bin ich. Da bin ich genau drüber an dem... Dann kannst du zu mir kommen, komm uns einladen. Wo bist du? Ja, da, wo die Schadensmeldung herkommt. Ja, ich bin genau da drüber. Ich hole mal den Beacon schnell. Ja, mach mal. Den zu treffen ist echt... Das ist ein bisschen niedrig, glaube ich. Trifft der mich? Ich glaube nicht. Ich kann gerne auch drauf schießen. Jo. Warte mal, ich guck mal eben. Äh, noch 1,3 Millionen Topor. Ja, der hat echt viel. Krass. Ich habe aber kein Prime-Meat fällt mir gerade ein. Warte mal. Ich habe aber Instant-Meat, alles gut. Alles gut. Der ist unter dem Stein. Ja. Der rennt weg, oder? Kann sein. Okay, und die Stelle ist über. Bleib da, bleib da, bleib da. Was hat er für mich denn? Du triffst den. Ich nicht. Okay, Schwanz. Schwanz zählt. Das ist immer gut, wenn der Schwanz zählt, Leute. So. Ah, fuck. Nee, der rennt noch weg. Der haut mich nicht. Renn weg, dann hauen die nicht mehr. Hit. Okay, hab ihn. Ich laute dich immer ein. Warte. Das bist du, ne? Okay, schnell. Let's. Okay. Zählt der Tame dann noch? Ja, klar. Sicher, weil wir sind verschiedene... Ich weiß es nicht, Alter. Ich tame den, ich nehme den erst mal, okay? Hm. Wir haben. So, okay. Ich lade dich ein, ich lade dich ein. Ah, ich kann nur... Okay, akzeptieren. Gehört nach uns. Nice. So, gut. Sattel drauf. Eternal Potion. Ja, ich hab dir einen Tracker dran gemacht, wenn du auch willst. Eternal Prime Meat. Ich hab elf Stück. Echt? Brauchst du Red Potion? Äh, hab ich fünf Stück aktuell. Okay. Passt. So, mit dem würde ich schnell Rüstung fahren. Ja, mach mal. Machen wir einen Tracker dran. Warte. Zerkehr deinen Hintern. Das hat nicht funktioniert. So, ist dran. Okay. Tag. Hinter uns. Hier, im Gras. Ich sitz nicht drauf. Fuck. Fuck. Ich hab keinen Sattel drauf. Der hat meine Schuhe kaputt gemacht. Wir müssen eigentlich nur Attack My Target machen, Alter. Der hat mich gekillt. Noah. Ich hab's versucht, Attack My Target. Aber der hat... Scheiße. Ich hatte noch keinen Sattel drauf, so dir. Ich hab's versucht, dass der hierher kommt. Ich hab's schon im Stream soweit. Ich glaub, ich seh'n gerade. Hat er mein Zeug gelootet? Hat er mein Zeug gelootet? Ja, der Snipert auf jeden Fall auf mich. Hat halt die Fabricated Sniper. Mhm. Ich hab's schon... Äh, da sitzt einer auf dem Affen. Oh, fuck, 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 fuck. Okay, Leute. Äh, ich muss ihn direkt irgendwie wegbekommen von dem Affen. Ich hab passiv gepfiffen. Müsste eigentlich... Scheiße. Komm. Der Snipert halt immer noch auf mich. Hat da nichts Besseres zu tun, der Typ, oder was? Ich glaube, der T-Rex ist schneller... ...ein der Affe. Ich muss da nur unter Wasser, den Sattel drauf. Dann passt das schon. Äh... Ich muss ganz schnell sehen bei Hattercraften, Leute. Ich hab's schon nicht gelernt. Shit. Okay, das ist interessant gerade. So, ab ins Wasser. Ja, natürlich hat er mich gelootet. So. Ich glaube, ich pack den erst mal ein, ey. So machen wir das jetzt, Leute. Ich hab ihn angepackt. Sattel war ja nicht drauf. Und jetzt so piss ich mich. So. 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 So.